Ich meine, das können wir sogar der Tag mal vorführen. Da hat sich nichts dagegen, wenn wir hier was präsentieren. Ja. Ja, hallo Liebste, ich habe gewartet, bis du um 7 Uhr anrufst, aber du hast es nicht getan. Ja, für dich habe ich doch immer Zeit, das weißt du doch. Ja, das ist interessant, wir haben heute den ganzen Tag über mein Leben gesprochen. So habe ich mein eigenes Leben noch nicht gesehen, was er aus mir rausgequetscht hat. Ach, ich brauche das nicht aufzuschreiben, er macht ja einen Film davon. Das ist ja die moderne Form der Kommunikation. Aufschreiben war früher, das ist out, du schreibst das noch auf. Ich werde modern, meine Biografie wird modern verarbeitet, nicht literarisch, sondern in modernen Medien. Das ist was ganz anderes. Meine ganze berufliche Entwicklung, die ich Ihnen ausgebreitet habe, ausgiebig erklärt habe. Ich dachte, er wird nun einen Film machen über die, wie wird man Professor, nicht? Oder wie steigt man in der Wissenschaft die Leitern hoch? Nein, das interessiert ihn gar nicht so sehr. Ihn interessiert viel mehr, wie es möglich ist, dass ein alter Mann plötzlich eine neue Liebesbeziehung eingehen kann. Das war für ihn viel interessanter. Na ja, ich weiß es nicht. Ob es mehr Professoren gibt als verliebte Alte, das weiß ich nicht. Ja, es ist eine Art Erneuerung, genau. Ich habe mich beruflich ständig erneuert. Ich habe den Beruf fünfmal gewechselt. Und da war meiner Frau dabei ständig 60 Jahre lang treu, ohne andere irgendwie anzusehen. Und nun hole ich das auch mal nach und wechsle auch mal die Beziehung. Meine Frau, wenn ich mit ihr meditativ verkehre, die hat gar nichts dagegen. Die ist absolut damit einverstanden. Also das ist der große Unterschied zu meiner jetzigen Partnerin und zu meiner verstorbenen Frau. Sie ist in streng konventionellen Sinne erzogen worden. Und für sie war eben alles, was sexuell war, für sie schmutzig. Es wurde zwar betrieben, natürlich. Wir haben ja auch zwei Kinder gezeigt. Aber darüber, das wurde verdrängt. Es ging im Dunkeln vor sich. Es war unmöglich, obwohl ich manchmal den Wunsch und das Bedürfnis hatte, auch in freier Natur einmal den Akt auszuüben. Sie war nie dazu in der Lage und allein die Annäherung hat sie strikt abgewiesen. So etwas durfte nur nachts geschehen. Nachts im Bett. Alles andere war da, wo... Und dieses, dieses, dieser verklemmte... Naja, ich muss es sagen, es war schon verklemmt. Denn bei meiner jetzigen Partnerin finde ich in dieser Hinsicht absolute Unbefangenheit. Was mich wirklich sehr beeindruckt hat. Und das habe ich nicht für möglich gehalten, weil ich eben keine andere Frau vorher kannte. Ich bin meiner Frau alt geworden und habe gedacht, das wäre so natürlich. Aber es ist nicht natürlich. Das war eine, das Produkt einer falschen Sozialisation, nicht? Das war die Zeit, in der die Kinder eben darauf dressiert wurden, alle Sexuelle als, als unanständig zu empfinden. Und dabei ist es die anständigste Sache der Welt. Na klar. Da stelle ich dir vor. Man kann vielleicht sagen, jemand der eingefroren ist, ne? Und plötzlich nach einer, nach einer langen Zeit im Tiefreis oder Tiefschlaf plötzlich aufgedaut wird. Und man fängt dann zu fliegen. in dem ist es, wenn ich congregate. Und wenn ich mich nütze. Unsere erste große Fahrt war nach Kuba, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren. Das ist Dagmar, meine gegenwärtige, wo kann man sagen, Lebensgefährtin. Ja, nein, es ist eigentlich offiziell eine Reisebekanntschaft oder Reisebekleidung, aber es ist schon ein bisschen mehr. Es ist schon eine Partnerschaft, eine echte Partnerschaft, ja. Die Menschen reagieren unterschiedlich, wenn sie uns, also wir verbergen unsere Gefühle nicht, auch nicht in der Öffentlichkeit. Also, ich bin durchaus bereit, meine Partnerin, wenn ich das Gefühl habe, in der Öffentlichkeit zu küssen. Das macht mir nichts aus. Und da gibt es Leute, die den Kopf schütteln und das für unmöglich halten. Aber es gibt auch andere, die uns dazu beglückwünschen und regelrecht euphorisch darauf reagieren. Wir sind in Amerika, waren in einem Restaurant und plötzlich wurde unsere Rechnung bezahlt. Wir brauchten die Rechnung nicht zu begleiten, aber ich sagte, die Kellnerin ihr Rechnung ist schon bezahlt. Von der Dame nebenan, da war eine ältere Dame, die lachte uns freundlich zu, die sagte, ich freue mich darüber, dass sie so glücklich sind. Heute Abend, und ich fahre ihn ja morgen wieder nach Erfurt, ist morgen wieder verschwunden. Der Künstler geht morgen wieder in sein Atelier. Wir sind dann wieder allein. Ich rufe dich morgen Abend wieder an. Macht's gut, bis dann. Guten Abend. Ja, es ist eine Neuorientierung, aber auch eine sexuelle Befreiung. Komischerweise, nach meiner Rente habe ich die sexuelle Befreiung erlebt, die viele junge Leute in den 68er Jahren erlebt haben. Das habe ich träglich nachvollzogen. Das war's. Ich rufe dich. Das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Ich rufe dich. Das war's. Musik Musik